So, da wären wir wieder und wie ihr vielleicht schon bei meinen anderen Steam-Spielen mitbekommen habt, die ich inzwischen hochgeladen habe, nach dem Crash den ich hatte, wo ich den Rechner neu machen musste, sind alle meine Steam-Speicherstellen, die über Cloud funktionieren, anscheinend kompromittiert worden und auf einen älteren Stand zurückgesetzt worden. Das heißt, wir haben die ganzen tollen Waffen jetzt nicht, wir sind immer noch in Sektor 2. Das ist ziemlich doof. Das ist eine ganz schöne Untertreibung. Aber als kleinen Ausgleich habe ich ja noch diese Aktion, dass gerade die 1500 Mark geknackt wurde und wir dafür die Folgen doppelt so lang machen. Aber ja, sehr ärgerlich das Ganze. Na gut, lässt sich nicht ändern. Wir sind also gerade im zweiten Sektor angekommen, haben noch keine Rebellen auf der Hacke, also springen wir da hin. Und gleich in die falsche Zone. Ja, der Mentes hier sucht Herausforderungen. Und das wird für uns sehr schmerzhaft werden. Unsere Hülle ist nämlich schon auf fast 50% runter. Und wir haben nicht diese schöne Ionen-Bombe, um seine Schilder gleich auszuschalten. Aber gut, wir haben alle ihren Posten, wir haben Sauerstoff. Dann schießen wir doch mal auf. Auf was schießen wir? Waffensystem. Weil eh nur ein Schildpunkte dürften wir einigermaßen gut durchkommen. Und wenn wir jetzt zwei Salben verbrauchen, um die Schilder runterzukrügeln, dauert das alles viel zu lang und wir kriegen viel zu viel Schaden. Solar Flair Eminent. Ja, können wir nichts daran ändern. Ein Feuer, zwei Feuer. Du geh mal da hin. Du hilf da mal aus, weil wir jetzt ja eh keine Schadenspunkte mehr reinbekommen. Wir schießen jetzt weiter auf. Jetzt können wir die Schilder ausschalten, damit von den nächsten Schüssen mehr durchkommt und so der ganze Kampf ein wenig schneller vorbei ist. So, du kannst in die Krankenstation, du kannst zurück auf deinen Posten. Machen wir mal ganz kurz die Krankenstation an. Und wieder aus. Und du gehst wieder dahin. So, Schuss auf die Schilde und dann ist auch gleich kaputt. Dann war es ja doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Oh, oh. Schuss auf die Waffensysteme natürlich. Und gerade noch den Solar Flair reinbekommen. Na gut, du reparierst da, du reparierst da. Und sobald die Feuer aus sind, springen wir. Wir kriegen zwar gerade beide Schaden, aber das muss halt sein. So, und dieses komische Anzeigen lassen, wo man hinspringen kann, ist auch aus. Also wer auch immer Trojaner und Viren programmiert, der sollte sich echt mal an den Kopf fassen. Das ist einfach nur scheiße, die ganze Aktion. Aber gut. Ich will mich nicht aufregen. Nein, alles ist gut. Und wir sehen die Mantis, bevor sie uns sehen. Das heißt, wir könnten uns zurückziehen. Die haben anscheinend einen Burstlaser und eine Beamwaffe. Die Beamwaffe kommen fast nicht durch Schilde durch. Und der Burstlaser knackt unser Schild hoffentlich nicht. Also greifen wir das Schiff mal an. Wir hätten gern einen Burstlaser, trotzdem auf die Waffen. Bowie und King sind ein wenig angeschlagen, aber hier ist ja wenigstens kein... Oh, oh. Ah, das sieht gut aus. Also ja, hier haben wir wenigstens keine Solar Flares oder irgendwas anderes, das nur noch Schadenspunkte verurteilen könnte. Oder verursachen könnte. Jetzt nächste Salva auf die Schilde. Aber es ist so schade. Wir hatten so ein schönes Schiff gehabt. Also wir hatten hier unsere Artillerie weiter ausgebaut. Wir hatten noch zwei neue Waffensysteme. Ich glaube, wir hatten einen Schildpunkt mehr. Wir hatten schon die Drohnen-Defense 2. Zwar hatten wir keine Energie dafür, aber wir hatten es schon mal. Mal gucken, ob wir jetzt wieder so weit kommen. Aber bisher läuft es ja ganz gut. Also ihr beiden angeschlagen jetzt bitte in die Krankenstation. Jetzt haben wir die Zeit. Sauerstoff kurz aus, das schadet nicht. Jedenfalls nicht kurzfristig. So, du aus, du an. Du dahin, du dahin. Und weiterspringen. So, Rebellen kommen. Und ein Notsignal. Vorher mache ich mal ganz kurz für den Optionen an, dass wir die Dinge sehen können. Da. Genau. Also diese gelben Striche, die sind doch wesentlich praktischer. Notsignal ist schon mal eine gute Idee. Und ich werde jetzt keine Umwege mehr fliegen. Aber dafür ist die Hülle einfach zu weit unten. Heißt, wir springen jetzt dahin, dahin, dahin und machen es auf dem direkten Weg zum Ausgang. In der Hoffnung, dass im nächsten Sektor dann Geschäfte sind. Ich weiß auch nicht, ob die Sektoren jedes Mal neu berechnet werden. Also ob wir jetzt die gleichen Sektoren und Zufallseignisse haben wie beim letzten Spiel. Müssen wir gucken. Aber selbst wenn, sowas merke ich mir eh nicht. Ich glaube, ich habe zu viele andere Sachen im Kopf. Und schon was Neues. Wir finden die Quelle des Notsignals. Eine kleine Forschungsstation. Es scheint, als wäre ein Laborfeuer aus der Kontrolle geraten. Wir haben die blaue Option, unseren Steinmenschen da reinzuschicken, weil der gegen Feuer immun ist. Und das klingt gar nicht mal so schlecht. Unser Steinsoldat bricht durch das Airlock direkt in das Feuer. Du hast noch nie zuvor etwas so Großes so schnell sich bewegen sehen. Okay, also er kann das Feuer unter Kontrolle bringen. Und was kriegen wir dafür? Wir kriegen einen Drone Recovery Arm. Der macht, glaube ich, dass wir mehr Scrap bekommen. Und 30 Scrap. Gucken wir mal kurz. Drone Recovery Arm. Nicht zerstörte Drohnen werden zurück in den Hangar gebracht, wenn man springt. Das heißt, wir haben unsere Defense 2 noch. Sehr schön. Also wenn wir jetzt die Defense 2 Drohne rausschmeißen würden, dass sie uns verteidigt. Und sie überlebt den Kampf. Und wir wegspringen, kriegen wir den Drohnenpunkt hier wieder zurückerstattet. Was ganz praktisch ist. Aber ich denke mal, bis wir das Ding benutzen können. Werden wir so viele Drohnen haben, dass das auch eher irrelevant wäre. Also eventuell könnten wir das Ding wieder verkaufen. Müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. So, keine angeschlagen. Weiterspringen. Noch ein Distress-Signal. Oh, gleich zwei blaue Optionen. Guck mal, was hier los ist. Eine menschliche Mining-Kolonie. Eine Krankheit. Hat sich dort ausgebreitet. Wir könnten unseren Stein-Soldaten wieder hinschicken, um die Unruhen zu unterdrücken. Weil die ihm wahrscheinlich nicht so gut Schaden zufügen können. Oder unseren Engi hinschicken, um die Infektionen in den Griff zu bekommen. Also Engi waren diese Roboter-ähnlichen Wesen, die aus der Distanz auch Sachen reparieren konnten. Ich hoffe einfach mal, dass der dann immun ist gegen die Krankheit. Aber ja, wir könnten entweder prügeln oder wir könnten nachdenken. Ich nehme mal nachdenken. Ja, ohne die Angst, eine Krankheit sich einfangen zu können, weil er halt ein Roboter ist, beruhigt er die Menschen und organisiert sie. Beruhigt durch sein souveränes Auftreten schafft er das soweit. Und wir bekommen zwei Treibstoff, zwei Raketen und zehn Scrap. Irgendwie ganz schön mau. Oh, na gut. Wir haben nichts verloren, wir haben was dazu bekommen. Springen wir weiter. Und ein Geschäft. Sehr schön. Hin da. Wir würden gerne gucken, was du hast. Systemrepair brauchen wir nicht. Defense 1 brauchen wir auch nicht. Die Drohnenkontrolle wäre schon ganz schick. Reparieren müssen wir auch auf jeden Fall. Und wir können verkaufen das Systemrepair auf jeden Fall schon mal. Und den Drohnenrecoveryarm. Was ist der Wert? 25. Ich glaube, wir behalten ihn erstmal. Das heißt, wir reparieren zuallererst. Treibstoff haben wir noch genug. Die Drohnenkontrolle könnten wir kaufen. Aber ich weiß, wir brauchen noch jede Menge Scrap, unser Schiff weiter auszubauen. Also für die Waffensysteme und für die Schilde brauchen wir richtig viele Punkte. Und selbst wenn wir die Drohnenkontrolle jetzt kaufen würden, bräuchten wir vier Energiebalken, um sie überhaupt zu benutzen. Also unsere Defense 2. Andererseits kann es sein, dass wir nicht wieder über die Drohnenkontrolle stolpern. Und dann können wir das ganze Teil gar nicht benutzen. Na gut, wir kaufen es einfach mal. So. Und Defense 1 wurde mitgeliefert. Ich glaube, ich behalte das erstmal, falls wir wieder in einen Asteroidenschauer oder so kommen. Oder gegen jemanden kämpfen, der ganz viele Raketen hat. Joa, das passt schon. So, unser Schiff. Sieht nicht so toll aus wie vorher. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Das nervt mich einfach. Aber gut, das jetzt zu erhöhen macht keinen Sinn. Wir haben noch keine Waffen. Aber unsere Artillerie könnten wir einmal erhöhen. Dann schießt sie alle 40 Sekunden, nicht alle 50. Ich glaube, das mache ich mal. So, und springen. Wir haben noch ein Geschäft. Und das da. Ich glaube, ich springe erst da an und gucke jetzt ins Geschäft. In der Hoffnung, dass wir da irgendeinen billigen Burstlaser haben. Denn wir brauchen echt eine zweite Waffe, sonst kommen wir hier auf keinen grünen Zweig. So, ein Mantis-Schiff. Joa. Wir... Oh, der hat zwei Burstlaser. Das ist gar nicht gut. Gleich wie die Waffensysteme. Und wir haben natürlich den Energiepunkt gekauft, um die Artillerie auch wirklich gut auszustatten. Und anscheinend kommen sie trotzdem nicht durch. Sehr gut. Einer ist schon ausgefallen. Gleich nochmal hinterher. Und wenn wir da von Zweiten hätten, dann würden wir richtig abgehen. Wahrscheinlich, wir schaffen es ja schon mit einem einen Gegner auszuschalten. Mit Zweiten wäre das richtig schön einfach. Und es gibt ja noch eine höhere Stufe. Es gibt ja noch den Burstlaser 3. Und die Ionenbomben hätte ich auch wieder ganz gerne. Aber dass wir jetzt dreimal in Folge die Ionenbomben bekommen, wäre recht unwahrscheinlich, denke ich. So, tut mir der kaputt. Das war die Artillerie. Und nächster Schuss müsste eigentlich ein Ausschalten. Oh. Komm schon. Gib mir eine schöne Waffe. Nö. Aber 22 Scrap. Drei Treibstoff. Zwei Raketen. Na, ist okay. Keiner beschädigt. Sauerstoff ist vorhanden. Sprung. Und gucken wir mal ins Geschäft. So. Wir haben System Repair. Wir haben lauter Sachen, die wir nicht wirklich brauchen. Nö. Das war jetzt für lau. Könnten wir nicht wissen. Der hat sehr viele Leospunkte. Ist immun gegen Feuer. Ich überlege gerade, ob wir ihn heuern, um unser Security Team aufzubauen. Da haben wir ja auch keins mehr. Aber nee. Das Scrap behalte ich lieber erstmal. Mit etwas Glück stolpern sind wir so über noch andere Besatzungsmitglieder. Also, Sprung. Wir könnten noch dahin springen, denke ich. Und dann zurück und dann dahin. Wir wurden gebordet. Müsst du hinhauen. Wir wurden gebordet. Nein. Ein junger Mantis in einer geschädigten Uniform hat sich bei uns drauf teleportiert und bittet um Asyl. Das ist doch genau das, was ich gesucht habe. Nur ist ein Engi nicht unbedingt gerade das beste Mitglied für ein Security Team. Und ich habe jetzt keine Lust, ihn irgendwo anders reinzustecken. Weil jeder von denen hat schon einen Job. Obwohl Banks könnten wir ersetzen. Damit Banks denn unser Security Team wird. Ja, okay. Wir verbünden uns also mit dem, der um Asyl bittet und kämpfen gegen das Engi-Schiff. Das eine Drohne hat. Aber wir schießen keine Raketen. Das passt schon. Da hat er noch eine Beam-Waffe und eine Ionen-Waffe. Joa, der müsste gar nicht durch unsere Schilde durchkommen. Sehr gut. Und wir haben hier... Ach, das waren Mantis und kein Engi. Noch viel besser. Sehr schön. Also das ist schon mal unser Security Team-Mitglied. Und unseren Banks können wir dann später immer noch ersetzen. Wenn wir irgendeinen anderen bekommen. Und dann hätten wir zwei Mantis im Security Team. Dann könnte uns gar nichts mehr. Also gar nichts mehr boarden. Abschießen können sie uns immer noch. So. Komm schon. Burst Laser. Okay, genau. Waffen alle deaktiviert. Jetzt die Schilde. Und gleich ist auch die Artillerie-Kanone dran. So, Schilde angeschlagen. Oh, Waffensystem wieder. Und kaputt. 16 Scrap. Eine Drohne, drei Treibstoff und ein Besatzungsmitglied. Fisch. Fisch die Heuschrecke. Na gut. Ich wollte noch ganz kurz einen Energiebalken holen und das da reinsetzen. Und jetzt können wir einen kleinen Umweg fliegen. Wir fliegen erstmal dahin und dann zum Geschäft und dann nach draußen. Unsere Hülle ist ja voll. Da können wir ein bisschen was riskieren. Nö. Und wir können hier nur Treibstoff kaufen. Nö. Danke. Was war jetzt denn los? Na gut. Nein. Wir wollen nichts kaufen. Wir wollen... Wart mal. Wir könnten jetzt hier ein Engi kaufen und dann dadurch Banks ersetzen. 50 Scrap. Na komm, das machen wir. So. Achso. Fertig. Wir hätten jetzt gerne unseren Kirby. Kirby, der Waffenoffizier. Äh ja. Unser Kirby bitte zu den Waffen. Und unsere zwei Mentes hier in die Krankenstation. Damit wir sobald irgendjemand an Bord kommt, ihn gleich angreifen können. Sehr gut. Ausgang. So. Wir finden noch ein wenig Schrott im All. Wofür sage ich nicht nein. Und wir springen weiter. So, wir haben jetzt die Wahl zwischen einem Rebellensektor und einem Zivilsektor. Wir sind letztes Mal, glaube ich, in den Zivilsektor geflogen. Weil wir nicht besonders viel Hülle übrig hatten. Wenn ich mich nicht irre. Äh. Jetzt haben wir aber eine gute Hülle. Wir haben aber allerdings nicht so viele Waffen. Äh. Ich glaube, ich springe trotzdem mal in den rebellenkontrollierten Sektor. In der Hoffnung, dass wir da bessere Waffen finden. Und wir können uns dann nachher in diesen beiden Zivilsektoren erholen. In Anführungszeichen. Ja. Das probieren wir nochmal. Werden wir gleich von Schiffen begrüßt? Nein. Und wir haben sogar einen Nebel hier. Sehr schön. Da sollten wir versuchen hinzukommen. Also ich denke mal, wir haben vier Sprünge, bis die hier auftauchen. Da haben wir mehr als genug Zeit. Wir gehen dahin, 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 dahin. So ein Bogen. Zack. Und schön viel Scrap finden. Oh. Wir finden... Ne, wir werden geboardet. Oh. Okay. Und noch jemand, der um Asyl bittet. Ah, jetzt haben wir gerade ein Besatzungsmitglied gekauft. Aber es ist ein Rebellensoldat. Also ein Mensch. Okay, das ist ungewöhnlich. Das hatten wir bisher auch noch gar nicht. Also wir könnten ihn hier auf dem Schiff belassen. Und eventuell ein Crewmitglied bekommen. Oder ein Saboteur. Eins von beiden. Oder wir könnten es ablehnen. Aber was haben wir davon? Hm. Ja, wenn wir ihn ablehnen, dann haben wir eventuell keinen Saboteur an Bord. Aber auch keinen Besatzungsmitglied. Und sie würden trotzdem laufen und schießen, nehme ich mal. Also akzeptieren wir einfach. Ja, wir haben ein neues Mitglied bekommen. Sehr gut. Es ist wirklich ein Mensch, Thomas. Thomas kommt jetzt zu den beiden Heuschrecken. Und gehört ab sofort zum Security-Team. Und was ist das für eine Drohne? Eine Boarding-Drohne. Die kenne ich ja noch gar nicht. Okay. Security-Team. Bitte die Boarding-Drohne abfangen. Und dann sollten wir auch mal zurückschießen. Zwei Laserwaffen. Und zwei Schildpunkte. Vielleicht hätte ich doch nicht in das Rebellen-Gebiet springen sollen. Aber wir haben schon mal ein neues Besatzungsmitglied bekommen. Auch wenn es nur ein Mensch ist. So, die Drohne ist schon mal kaputt gleich. Du kannst da reparieren gehen. Ihr beide geht in die Krankenstation. Die wir vorher aber auch anschalten sollten. Zweimal Level-Up und noch eine Boarding-Drohne. Das ist ja fies. Okay. Schießen nicht vergessen. Ich sollte mal Autofeuer anmachen. Auch wenn ich das nicht so gerne mag. Aber es ist besser als wenn ich... Ach du Gute. Als wenn ich vergesse zu schießen. Thomas ist gleich tot. Das ist nicht gut. Krankenstation. Und Banks ist gleich tot. Das ist auch nicht gut. So, Krankenstation ist an. Richtig. Artillerie hat deren Cockpit ausgeschaltet. Und Türen und Waffen. Und sie wollen wegspringen. Das können wir ja gar nicht zulassen. Also da drauf. So, du musst da raus. Sonst stirbst du gleich. Du hast auch geheilt... Ah. Wir sollten die Drohne auch rausschalten. Ähm. Ja, unser Pilot wird gerade von der Drohne angegriffen. Unser Nahkampftruf kann da mal aushelfen. Helfen. So. Er ist auch gleich fertig. Der Pilot kann dann raus. Dafür kann der Mensch rein. Ihr Antrieb ist angeschlagen. Und ich hätte mir sagen müssen, wenn die Pilotenkanzel auch beschädigt ist, dann können die gar nicht springen. Aber, ja. Müssen wir mal gucken. Oh. Banks hat richtig Schaden bekommen. Und wir haben auch gleich keinen Sauerstoff mehr. Das ist gar nicht gut. So. Bitte einmal heilen. Und Thomas stirbt eventuell gleich. Geh mal da raus. Du da rein. Was für ein Hack-Mack. So, aber dafür ist er gleich kaputt. Wenn wir durch die Schilde durchkommen. Und das nächste Boarding-Ding ist wohl abgeschossen. Ähm. Ähm. Also ja, wir sollten eigentlich die Schilde ausschalten. Aber dann springt er eventuell weg. Weil ich weiß nicht, ob das mit dem Piloten wirklich so ist, wie es ist. Oder wie es sein soll. Und sie wollen aufgeben. Ich glaube, das mache ich mal. Also normalerweise habe ich ja nicht so, äh... Die Skrupel, sie aber danach noch wieder anzugreifen. Weil dann halt ein besseres Gewot kommt. Beziehungsweise, wenn sie sterben, kriegt man meistens mehr als das hier. Aber ich habe keine Lust, dass sie uns durchgeht, diese Torpedos auf den Hals schicken. Und wir müssten dann erstmal deren Schild knacken als nächstes. Danach das Dingens. Und währenddessen den Antrieb. Obwohl, die sind gleich kaputt, ne? Ne, komm. Hier. Thomas weg, da. Na, Thomas ist tot. Soviel zu, äh, dem Asyl. Du schießt weiter auf die Antriebe. Ja, okay. Und unsere Artillerie ist gleich fertig. Sehr schön. Ihr drei könnt damit helfen. Du kannst in die Krankenstation. Du kannst in die... Ist da die Wand aufgebrochen? Oder war das schon immer so? Bin ich jetzt, äh... Da war doch eine Wand. Hm. Na gut, Schiff ist zerstört. Wir haben aber komischerweise keine Nachricht bekommen, dass wir... Irgendwie ist hier alles durcheinander. Also, stopp. Geogon, konzentrier dich. Erstmal Stuhl recht drücken. Ja. Ähm. Krankenstation ist an. Du musst geheilt werden. Du bist da, wo du sein sollst. Reparier mal das da mit ihm zusammen. Ihr drei... ... seid das Security Team. Ihr könnt aber auch mal... ... bist du unser Pilot? Ja, du bist unser Pilot. Ihr beiden geht bitte da rein. Auch wenn wir nur langsam reparieren können, ist immer noch besser als nix. Und du gehst bitte in deine Pilotenkanzel. Der irgendwie eine Mauer fehlt. Und du hilfst beim Piloten mit. Ihr beide kriegt richtig schnell Schaden. Wieder raus. Du da rein. Und ihr... ... hilft bei den Reparaturen. Aber auch nur kurz. Sonst kriegt ihr wieder zu viel ab. So, die Tür machen wir mal auf, damit der Sauerstoff da durchkommt. Alle Türen auf. Alle Türen auf. Ich wollte dich anklicken. Du reparierst bitte da mit ihm zusammen. Und das müsste es dann gewesen sein. Die beiden müssen geheilt werden. Er muss geheilt werden. Er kriegt zu viel Schaden. Und das Loch ist gefixt. Sehr schön. Alle müssen geheilt werden. Mann, Mann, Mann. Ja, diese Boarding-Torpedos haben es echt in sich. Könnten wir theoretisch auch mal versuchen zu bekommen? Ich bin immer davon ausgegangen, dass wir unsere eigene Crew da reinschicken müssen. Und das wäre ja echt Verschwendung gewesen. Aber so? Also, Security-Team, geh mal zu den Drohnen. Du bist nicht unser Security-Team, du bist der Pilot. Und die Wand ist auch wieder da. Also war die echt weg. Ich dachte schon, ich vergucke mich die ganze Zeit. So, ihr dahin, du dahin. Aber sehr cool, dass denn selbst die Wände hier eingerissen werden können, wenn die Räume zu viel Schaden bekommen. Ein nettes, kleines Extra-Feature. So, Kirby. Kirby, du hast unser Waffen-Experte. Auch wenn dein Name mal nicht so sehr dazu passt. King war unser Schild. Und Atreyu war unser Ingenieur. So. Wir würden gerne Autofreier wieder ausmachen. Wir würden gerne alle Türen wieder zumachen. Nium, nium, nium. Wir haben Sauerstoff. Alles ist repariert. Alle Türen sind zu. Jeder ist da, wo er sein sollte. Security-Team kommt wieder in die Krankenstation. Krankenstation wird deaktiviert. Atreyu wird aktiviert. So, das war mal ein anstrengender Sprung. Aber gut, wir springen weiter. Wir wollten hier oben rum Richtung Nebel. Aber so langsam wir die Rebellen sind, können wir auch vorher da mal hingucken. Ein kleiner Planet mit verstreuten Siedlungen. Eine kleine Rebellenflotte ist im Orbit. Mit vielen Schiffen, die hin und her fliegen. Also zur Oberfläche und zurück. Es muss einer der kürzlich befreiten, in Anführungszeichen, Planeten sein. Aber die Flotte scheint uns nicht anzugreifen. Okay, springen wir weiter. Ein Geschäft. Wir haben nur 76 Scrap. Also fliegen wir erstmal hier. Wir fliegen jetzt doch ein wenig zickzack. Ich wollte eigentlich diesen Bogen machen, aber das Geschäft lockt mich doch schon. Also gehen wir jetzt da hin. Dann da hin. Dann zum Geschäft und machen uns dann auf den Weg zu dem Nebel. Könnte ein bisschen knapp werden, aber dann haben wir wenigstens ein bisschen was an Scrap zum Einkaufen. Also theoretisch könnten wir auch da ganz hin und dann einen Bogen machen. Hm. Ich glaube das machen wir. Auch wenn wir dann eventuell nicht mehr die ganzen Nebel erforschen können. Aber dafür haben wir wenigstens genug Scrap, um einzukaufen. Das wäre richtig nervig, wenn wir jetzt irgendwie zu knapp springen und dann da sind und sehen einen Burst Laser Stufe 3. Und dann haben wir keinen Scrap, um das zu holen. Das will ich nicht. Also da hin. 2, 1, Risiko und so. Ein automatisches Schiff. Okay. Mit, wow. Mit einem Beamlaser, einer Ionenwaffe und einem Bombenwerfer. Die kommen durch die Schilde durch. Die da machen Schilde kaputt. Die kommen nicht durch die Schilde durch. Hä? Also wenn er einen guten, äh, gute Skripte hätte, dann würde er damit auf unsere Schilde schießen und würde uns dann zerhackstückeln. Also mit dem und mit dem auf die Schilde. Aber gucken wir mal. Wir hätten erstmal gerne den Burst Laser auf. Erstmal auf deren Schilde. Ja, das Ding nervt mich da echt. Aber komm, wir müssen trotzdem erstmal die Schilde knacken. Sonst kommt jedes Mal nur ein Schuss durch und der richtet fast gar nichts an. Also. So, sich an. Wir könnten unsere Defense 1 mal anschmeißen. Ha. Okay, dafür haben wir aber keine Energie. Was machen wir da? Wir... Die aktiven wir in unserer Artillerie. Zweimal? Nee, die ist echt schick. Wir könnten unsere Antriebe ausschalten. Wie viel verdienen wir da? Sehr viel ausweichen. Okay, Antriebe und Sauerstoff. Jedenfalls ein Antrieb, ein Sauerstoff. Und Defense 1 mal an. Und gucken, ob wir damit wirklich diese komische Bombe da abschießen können. Und wir schießen weiter auf das Schilddingens. So, Ionenkanone schießt. Trifft uns und deaktiviert unsere Schilde leicht. Irgendwas hat gerade geschossen. Ich glaube, das war das Teil. Ja. Und konnte sich bei uns rein teleportieren. Wurde also nicht abgeschossen. Gut zu wissen. Das Ding ist also nützlos gegen Teleportationssachen. Fände ich auch recht komisch, wenn so eine Drohne was teleportierendes abschießen könnte. Aber man weiß ja nie, wie die Spiele programmiert sind. So, das heißt, wir haben jetzt Punkte über. Die kommen wieder in den Antrieb. Und in den Sauerstoff, sobald das repariert ist. Das können die beiden mal machen. Au. Und der Beamlaser kommt durch unsere Schilde durch. Übel. Aber wahrscheinlich nur abgeschwächt. Aber gut, trotzdem sollten wir wieder schießen. Wieder auf deren Schilde. Kommt schon durch. Angeschlagen. Sehr schön. Sauerstoff wird ein Problem. Energie in Sauerstoff. Kommt nicht durch. Kommt nicht durch. Schild wieder mit einem Punkt angeschlagen. Und die Bombe geht daneben. Sehr schön. Ja. Von wegen Artillerie ausschalten. Die Artillerie ist super. So. Schild ist ganz deaktiviert. Autsch. Dafür verpasst sein Laser uns aber auch ganz schön gut. Kommt schon, Waffensystem ausschalten bitte. Dankeschön. Und das ganze Schiff ausgeschaltet. Das ganze führt Reibstreifstoff, eine Rakete und 25 Scrap. Lässt sich darüber streiten. Aber gut, wir sollten auf jeden Fall darauf achten, dass Sauerstoff da ist. Und ist alles repariert? Nein, die Drohnen sind nicht repariert. Nicht wirklich wichtig, aber wer weiß, was kommt. Und diese Defense 1 könnte ja praktisch sein. Also wie wir jetzt gerade gelernt haben, nicht bei den Teleportationssachen, aber bei den normalen Raketenwerfern. So, und die beiden Jungs, die eigentlich gar nicht fürs Reparieren geeignet sind. Die kriegen irgendwie 50% Abzug oder so. Die kriegen jetzt die ganzen Level in Reparatur. Ja, ein Punkt, drei Punkte. Na gut, ihr geht mal dahin zurück. So. Und ich denke, wir machen jetzt einen kleinen Cut. Und ich hoffe einfach mal, dass es jetzt ordentlich gespeichert wird. Ich gucke mal. Save and Quit. Na gut, wir sehen uns gleich wieder.